Wie heißt denn so, my friends, today we do it. Was bleibt? Genau. Okay, das ist zu leicht gestreckte Arme. Und dazu. So, das ist ein bisschen. Super. Passt. Das ist jetzt am Ende. Aufwärmen. Okay. Das schicke ich auch. Egal ob du machst, Schwimmen oder so, da solltest du ein bisschen aufwärmen. Yes. Beine Zunge voran sich auch. Hintenbein auch. So. So. Gestreckte Arme. Fünfmal. So machst du noch flach. Okay. So. Spürst du, wie es ist? Ich continue. Das ist von 16. Das ist quasi. 3. 5. Was wird gut sein? Pause. Letztenbein. Aber hier spürst du nur Schmerz. Oh nein. Wünsche. So. Wieder 2. 3. 4. 5. Wenn wir fahren müssen, das ist super. Mhm. Das ist ein gutes Gefühl. So. Pause. Letztenbein. Jetzt fließe vor dem Bein. Okay. Hier wir kommen. 2. 2. 3. 4. 5. Okay. Los. Blob. Insofern. 3. 6. 5. Weopen. Keep in balance. 3. Sechsteen. 3. 4. 5. 5. 5. Bis zum nächsten Video, wünschen Sie einen guten Tag, guten Morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.